willkommen willkommen zum cooking simulator wir sind glaube bei tag 13 oder so was wir starten einfach mal durch wir gucken mal reinigungsphase ok das heißt wir können hier uns einen teller schnappen schnappen uns hier mal den spargel den wir schon vorgekocht haben stellen den dahin dann schnappen wir uns noch einen zweiten teller schnappen uns hier die beiden kartöffelchen stellen uns die auch hier hin für den nächsten tag dann entsorgen wir hier mal die brühe ich finde es lustig dass man die einfach ich glaube das entsorgen war auch einfach mal ich finde es immer noch lustig dass man das einfach in den mülleimer kippt statt in die spüle weil wenn man es in die spüle kippt wird nämlich die spüle dreckig wenn man es in den mülleimer kippt passiert gar nichts deswegen kippt man es in die spülmaschine so die herde sind alle aus die wecker sind alle aus die herde sind auch aus und sehen auch noch halbwegs gut aus wenn ich das mal so betrachte da haben wir noch einen teller und da haben wir auch noch knappen teller das heißt wir müssten da dann auch mal wieder auch mal wieder nach kochen so dann gucken wir jetzt mal schnell das sind immer noch unsere chicken wings die wir noch nicht fertig gemacht haben so das heißt wir haben lachs der kann der lachstex wir haben vier lachstex wir haben vier forellen wir haben hier hühnchenbrust wir haben hier die glaube das ist die brühe für die hühnchenbrust wir haben hier das geräucherte lachsfilet wir haben hier die steaks wir haben hier kabeljau zitronensaft olivenöl buderschmalz müssen wir mal tag 13 ja das war eben der tag 13 perfekt so dann sind wir jetzt auf stufe 14 kriegen neue perks sehr schön wir wählen einen perk mal gucken was wir lege während der speisenkartenzusammlung selber das angebot fest erkenne die punktzahl vor dem servieren zeit geht langsamer wenn du schneidest aber das hatten wir doch schon das verstehe ich jetzt gerade nicht setzte den timer für eine aktive bestellung zurück ersetze eine aktive bestellung durch eine zufällige andere ja ich glaube das probieren wir mal auswahl bestätigen bestellungen neu auswürfeln ja ich glaube das klingt ganz gut auswahl bestätigen ja so dann haben wir hier noch drei punkte da muss ich dann schnell gucken wo haben wir angefangen mit welchen punkten da einfachere events haben niedrigere erwartungen ja das nehmen wir kostet uns drei punkte haben wir sonst noch irgendwelche sachen offen hier bei dem nein okay dann nehmen wir das perfekt wir haben null punkte und dann können wir den nächsten tag beginnen aber das interessiert mich jetzt mal schnell was wir eigentlich grünchenbrust mit zitrone ist das tagesgericht ich gucke aber mal schnell hier rein ja ähm beständliche bewertung 4,5 h sehr cool okay okay 20 kilometer gelaufen knapp äh perks äh ruhige hände topflappen thermal ansicht vitamin b zeitverlängerung und bestellung ach ja okay ja aber das passt das passt ja okay das wollte ich wissen der fähigkeiten manager alle äh äh ich habe keinen mit zwei ich habe keinen mit eins und ich habe das sind die mit null und ich habe die hier mit drei äh ja okay ah und man könnte die sogar zurücksetzen und neu verteilen geht das bei den perks auch? ne okay gut und hier im deko manager übrigens für die die das noch nicht gesehen haben kann man wenn man hier unten ein bisschen geld hat kann man dann seine küche umdekorieren ja so die zeigen jetzt zwar hier das komplette bild aber man muss die sachen wie man hier oben sieht dann einzeln erwerben das heißt hier gibt es nur den boden hier gibt es 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 den boden dann gibt es hier die wandfliesen was kostet denn da eins? 100 das heißt es werden 500 komm das leisten wir uns wir nehmen hier mal den 60er stil boden so dann gucken wir ähm ne ja das könnte man machen das könnte man machen ne ähm da nehmen wir mal den hotel boden da gibt es dann auch noch olivgrün oder in schick ja das würde zu dem holzboden passen hm lieber das hier oder lieber das hier ich glaube ich nehme das hier so und dann die obere wand wie auch immer ja wie ihr seht alles hier der horror modus ist alles so ein bisschen gammlig ja ordentlich verlassenes haus äh ne dann nehmen wir wieder den 60er stil der ist schön sauber und clean das gefällt mir so dann nehmen wir die steine modern landschaft ja da sind die 60er ein kleines bisschen übertrieben azurblau ist vielleicht es passt nicht so ganz zu dem anderen deswegen nehmen wir das hier da kann man seine küche sozusagen so gestalten wie man das möchte was haben wir hier noch betonplatten äh ne ich glaube dann nehmen wir wieder diesen stil ich weiß jetzt nicht was er hier ob er hier die wand auch mitmacht oder ob er nur die weil da steht halt decke deswegen das sehen wir dann gleich so und dann gehen wir hier noch zu events und das sind dann bei den events sind es dann komplette sets ja wie ihr seht hier für der juli amerikanischer feiertag dann oktoberfest hier alles so ein bisschen auf germany getrimmt dann hier sowas oder sowas oder hier ein bisschen mit spooky diese halloween geschichten die haben dann auch noch eine andere bewandtnis da kriegt man dann auch ich weiß jetzt nicht ob das bei diesen aber ich glaube ja weil das ja als event dann zählt da kriegt man dann noch diesen hexenkessel mit dem man dann verschiedene andere gerichte anfertigen kann dann gibt es hier weihnachten in verschiedenen variationen und dann gibt es noch valentinstag und die sind aber immer verfügbar die muss man nicht kaufen die muss man einfach nur rein installieren in das sozusagen in die küche und dann hat sich das erledigt so und jetzt sieht man wir haben das hier installiert hier haben wir das installiert hier haben wir das installiert weil wenn man hier mehrere kauft dann sind die natürlich hier untereinander angeordnet aber immer der wo dieses hämmerchen dran ist ist derjenige der installiert ist so und jetzt gehen wir uns das mal angucken wie unsere küche jetzt aussieht wie ihr seht hier schön mäuerchen hier schön holzboden ja finde ich gut sieht schön ordentlich aus schön clean alles toll alles schick gefällt mir so dann also wir haben das hier eigentlich vorbereitet das hier das hier wir haben die Hähnchenbrust mit Zitrone liegt da hinten der Kabeljau ist auch da das süßrauchige Lachs ist da das Steak in Kaffeemarinade ist da die Tomatensuppe und der Borscht der müssen wir irgendwann mal demnächst vielleicht nachkochen dann gucken wir jetzt mal nach den nach den Chicken Wings so dann gucken wir mal nach den Chicken Wings passt mal auf da sollen wir irgendwie ähm Moment irgendwie fehlt uns hier der Ton ich weiß nicht warum uns fehlt hier der Ton einen Moment ich fixe das schnell so jetzt sollte es gefixt sein und dann gucken wir uns jetzt die Hähnchenflügel an 100 Milliliter Butterschmalz in einen Topf okay dann einmal ab dafür 100 Milliliter bisschen weiter rein uhuhu das wird kommen ja 99 mir egal 99 müssen reichen dann äh Barbecue 30 Sekunden braten okay äh 30 so weiß ich dann was hat er gesagt 20 Milliliter Barbecue Soße okay Barbecue Soße 10 20 50 Milliliter Barbecue Soße 5 4 3 2 1 0 so dann die 20 Milliliter Barbecue Soße da rein dann Weinessig auch 20 Milliliter Weinessig äh blub 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 Weinessig einmal zweimal und da rein mit dir so und dann noch 10 Milliliter Honig so da rein mit dir perfekt und dann sollen wir das Ganze wieder 30 Sekunden lang anfackeln nicht eine Minute 30 Sekunden reichen so wie viel Zeit haben wir noch? äh 11 Minuten dann sollen wir die Hähnchenflügel würzen mit Salz, schwarzem Pfeffer und Knoblauch machen wir gleich es kann natürlich sein dass das jetzt die Soße war die ich vorher weggekippt habe aber egal kriegen wir hin lieber neu gemacht dann weiß man was man da drin hat weil es leider nicht dran steht direkt das ist ein bisschen eine Sache die ich nicht ganz so schön finde aber ist egal so 20 Gramm Salz das heißt 5 Gramm Salz auf jedem okay das haben wir schon das heißt 20 Gramm das heißt 5 Gramm Salz auf jedem Flügelchen so so und hier auch nochmal oh 4 Gramm okay da müssen wir noch einen draufhauen so heißt hier 5 Gramm hier 5 Gramm hier 5 hier 5 okay dann brauchen wir Knoblauch äh auch jeweils 5 Gramm okay ja danke so wollte ich das ähm 5 Gramm einmal äh 2 Gramm ja toll daneben gestreut okay dann müssen wir 2 Gramm 3 Gramm 4 Gramm naja hallo 3 Gramm 4 Gramm 5 Gramm so dann hier 1 2 3 4 5 so dann hier und dann stellen wir hier aber nochmal schnell um ja das ist diese Flügel sind wohl von der Form her nicht so leicht zu treffen dass man da auf einmal die 5 Gramm drauf bekommt ja da waren es auch wieder nur 4 das heißt da muss man dann erhöhte Vorsicht walten lassen wenn man die zubereitet 5 Gramm, 5 Gramm, 5 Gramm und 5 Gramm perfekt dann soll man das zu einem Backblech hinzufügen okay so okay dann fügen wir das zu einem Backblech hinzu heißt wir kippen das einfach da drauf so das heißt unser Topf müsste leer sein dann stellen wir den gleich wieder hier runter dann sollen wir die Hähnchenflügel hinzufügen so 1 2 3 4 die müssen wir aber ein bisschen vernünftig dahin legen dass die auch wirklich das tun was sie tun sollen so und dann sollen wir das ganze huppula ja geh doch auf du Ding so dann sollen wir das ganze 20 Sekunden lang im Ofen braten ok 10 20 wir machen mal 30 so und danach vor dem servieren sollen wir die 30 Sekunden lang auf jeder Seite grillen ok dann sind die hier auch schon mal vorbereitet so perfekt unsere Mikrowelle stellen wir auch mal wieder auf hoch weil jedes Mal wenn der Tag neu anfängt restartet sich auch die Mikrowelle aus irgendwelchen Gründen so dann mache ich jetzt noch schnell die Tomatensuppe mache uns da einen neuen Topf voll 700 Milliliter Hühnerbouillon ok die kriegen wir hierher Hühnerbouillon so einmal kaufen dann einmal einmal aufmachen und einmal 700 Milliliter da reinpacken 400 500 600 und langsamer so immer ein bisschen 72 80 92 97 98 99 703 ok passt auf wir drücken hier einmal E wir drücken nochmal E und wir testen aus wie viel ist da drin so jetzt müssten es 700 sein perfekt dann 12 Gramm Salz ok hier wir streuen da 10 Gramm und wir streuen 11 12 Gramm so dann kommt da rein schwarzer Pfeffer ebenfalls 12 Gramm also einmal 10 Gramm und 1 2 so jetzt sind es schon wieder 699 ich weiß nicht warum er da manchmal diese Differenzen hat dann waren das ich glaube 8 Tomaten hoppala 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Tomaten macht 960 jawohl dann eine Zwiebel eine Zwiebel so rein mit dir und dann sollen wir das ganze 60 Sekunden kochen machen wir glatt so pass auf 60 Sekunden und an so in der Zeit können wir auch den ukrainischen Borssch nochmal nachjustieren der braucht einen ganzen Liter Hühnerbojang ok gehen wir gleich mal eine neue kaufen weil da ist ein Liter drin in diesen Dingern können wir da den kompletten Liter rein killen so einmal komplett die ganze Packung ab dafür dann 20 Gramm Salz 10,20 dann so dann nochmal schnell zurück zur Tomatensuppe dann mischen und saure Sahne ok mischen so und dann ja und dann 150 Milliliter wie viel ist da noch drin 95 ne da kaufen wir eine neue äh saure Sahne zack 150 waren das richtig jawohl 150 Milliliter saure Sahne 70 80 90 133 133 150 perfect dann kann man das auch da hinten hinstellen das heißt das heißt wir könnten versuchen ne komm wir lassen das so wenn wir noch einen Topf brauchen kaufen wir einfach wieder einen das ist egal so dann waren wir hier beim Pfeffer 20 Gramm das heißt ich probiere die lieber Hühnerbrüllen Salz ja 20 Gramm Pfeffer 10 20 so 10 20 dann rote Beete ich glaube das waren 5 wenn ich es richtig weiß 1 2 3 4 5 ja dann eine Zwiebel eine Karotte also hier eine Zwiebel hallo eine Zwiebel so dann hier eine Karotte so und dann eine große Petersilie die haben wir hier so und dann das ganze 120 Sekunden kochen okay so passt weil dann haben wir das nämlich auch vorbereitet guck da trotzdem jetzt mal ob ich das umschöpfen kann vielleicht tatsächlich ja passt perfekt sehr gut weil dann haben wir nämlich hier wieder einen leeren Topf und dann machen wir das ganze nachher mit der mit dem Borsch genauso dann schöpfen wir den auch um bisschen tiefer naja passt wunderbar sehr gut wie viel Zeit haben wir noch 41 Sekunden ja das passt das passt hier auf dem Brett ist ja hier auf dem Brett ist nämlich der ganze Knoblauch und das ganze Salz gelandet weil wir vorher die Hühnerflügel gerichtet haben okay da müssen wir nachher ganz arg aufpassen dass wir wenn wir da nochmal würzen müssen dass wir da nicht in die vollen gehen und die vollen da abschöpfen das wäre ein bisschen blöd wir haben unsere Pforten geöffnet die ersten Gäste sollten in Kürze eintreffen okay dann was will er er will süß rauchigen Lachs oha er will gleich mal hier okay dann machen wir ihm das fünf Sekunden so passt mal auf ja passt mal auf wir machen hier Blick 17 wir nehmen ich raus ich raus ich raus und euch alle raus und schmeißen euch einfach weg so dann holen wir uns von da hinten schnell die Kelle das war hoffentlich auch der ja so dann nehmen wir hier dich raus und nehmen hier dich raus so dann haben wir nämlich das gleich schon erledigt weil das ist nämlich dann noch frisch und heiß so ab dafür und wunderschön wunderschön ohne Gasbeschwerden ohne alles so wollen wir das sehen so dann nehmen wir den Topf gehen mit dem Topf nach da hinten holen uns schnell das hier ran füllen das schnell um so wunderschön dann holen wir uns hier einen Teller runter holen uns hier von der Tomatensuppe was raus da muss ich jetzt schnell gucken wie heiß ist die noch das sagt er mir jetzt nicht okay das heißt wir packen die Safety First in die Mikrowelle so nehmen uns hier den leeren Topf schmeißen den hier nach unten hoppala so und schon haben wir wieder schön aufgeräumte Küche ah nope 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 da bin ich jetzt froh weil da hätte der Topf auch umkippen können und irgendeinen Blödsinn veranstalten können puh einmal froh dass es nicht passiert ist so dann nehmen wir ihm hier die Tomatensuppe raus so Tomatensuppe gucken was sagt er er findet's mega das ist gut bin ich komplett pro dafür Cayenne Pfefferpulver nicht genug oh haben wir den vergessen haben wir den vergessen aber ist egal es gab trotzdem fünf Sterne äh so Lachsfilet dann weißer Pfeffer träufeln in Limettensaft 60 Sekunden lang grillen auf jeder Seite okay heißt das machen wir hier so ah da haben wir schon einen eine Eieruhr passt auf äh so 60 Sekunden zack was gehört dann noch dazu schneiden Zitrone in Viertel und Petersilienblätter okay also schneiden Zitrone in Viertel mit unserem Messerchen so schneiden Zitrone zack und zack und zack so dann ein Tellerchen dann die Zitrone drauf und dann sechs Gramm Petersilienblätter drauf eins zwei drei und dann stellen wir das da hin so und dann einmal kurz den Wender geholt so und das ganze gute Stück einmal gedreht so dann schmeißen wir den Wender hier irgendwo hin machen uns den Bäcker noch mal an und geben noch mal Feuer dann haben wir nämlich den Lachs erledigt und dann will er halt dann will er jetzt die Hähnchenschläge 30 Sekunden grillen okay das machen wir dann nach dem Lachs dafür haben wir ja auch ja genug Zeit das ist okay wie sieht's aus ja ist wunderschön am Werben das passt so wunderbar einmal zack und dann hier oben drauf und dann einmal abgeben so ja sehr schön mit der Tomatensuppe mit dem Cayennepfeffer muss ich mal noch gucken ob ich das irgendwie noch nachwürzen kann vorsichtig so und jetzt will er die Flügelchen 30 Sekunden gegrillt haben okay dann nehmen wir die hier mal raus stellen uns die hier mal hin so packen uns die hier schön rauf so ja nicht das ganze Blech ja schön Küche versaut egal so pass auf und jetzt 30 Sekunden ah halt das war 30 Sekunden so ist da jetzt noch Brühe drin oder ne das ist jetzt gereinigt das Backblech so uns fehlen 5 Sekunden deswegen zählen wir die jetzt noch schnell dazu 1 2 3 4 5 6 so müsste ungefähr hinhauen hoffe ich mal und dann wenden wir die guten Stücke einmal zweimal dreimal viermal so und dann wieder 30 Sekunden wir machen 40 damit uns der Fehler von gerade eben nicht nochmal vorkommt so wie viel Zeit haben wir für die Forelle weil die war ja jetzt dann auch noch am Start so die ist mit allem schon garniert und gewürzt heißt wir machen die hier einfach 90 Sekunden rein richtig ich glaube es waren 90 ja 90 Sekunden 60 70 80 90 und ab dafür so dann die Wings was für ein Teller will er für die Wings will er da einen speziellen Teller oder ist ihm das wurscht Teller ok wir nehmen Basic Teller normalerweise würde ich jetzt ein Schüsselchen nehmen rein nur wegen dem Style aber wenn da Teller steht nehmen wir einen Teller gucken wir nochmal schnell ah die sind aber nicht gar die sind aber nicht gar meine Freunde warum sind die nicht gar ist der Typ irgendwie wichtig wobei wir hätten die Zeit noch kommt weil das gefällt mir nicht die sind gar nicht gar oder muss man mit dem noch irgendwas anderes machen oder muss man mit dem noch irgendwas anderes machen da wird mal Brutterschmalz braten die Flüssigkeiten braten 20 Sekunden 30 Sekunden das haben wir aber gemacht und da tut sich gar nichts da tut sich gar nichts so die Forelle ist richtig gut so das heißt wir brauchen für die Forelle auch noch eine Zitrone was mit diesen Chicken Wings jetzt gerade nicht in Ordnung ist ich weiß es nicht irgendwas ist da nicht so richtig ich glaube ich stopfe die nochmal in den Backofen und guck mal weil ich weiß nicht ob gerade bei Hühnchen dann wäre ich vorsichtig wenn das Ganze nur halbgar ist ich weiß auch nicht also da wäre ich als Gast nicht ganz so zufrieden wenn ich da halbgare Hühnchen auf den Tisch gestellt bekomme das wird mir nicht gefallen muss ich gestehen so die Forelle die Zitrone die Forelle die Zitrone Meerrettich haben wir drauf Meerrettich haben wir drauf Meerrettich haben wir drauf und dann noch Petersilie 6 Gramm 1 2 3 so einmal für dich so der findet es auch mega sehr schön äh ok persönliches Lob vom Küchenchef ähm wo ist denn jetzt mein Blech hello ach das ist noch so ich probiere jetzt mal ob ich die Chicken Wings wenn ich die nochmal im Backofen ob die dann ja wir packen die nochmal kurz in den Backofen weil so halbgar das ist irgendwie hat da was nicht so ganz funktioniert fragt mich nicht warum ich weiß es nicht so jetzt jetzt sind sie ein bisschen über gar glaube ich ja leicht leicht verkokelt aber lieber lieber verbrannt als roh wäre jetzt so meine persönliche Bewiese bei Hühnerfleisch so ähm gegrillte Hähnchenflügel ja was sagt er ja ja es gefällt ihm gar nicht uh minus 8 ei 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 was hat er denn Hitzefehler Hitzefehler und wegen dem Hitzefehler machst du hier so Abzug ok das ist natürlich unschön aber wenn der Rest gestimmt hat ist ja ok vielleicht hätten die auch roh gemusst ich weiß es nicht keine Ahnung so passt auf dann machen wir jetzt die Hühnchenbrust Öltopf lalala Hühnchenbrust würzen Backblech und 90 Sekunden ok ja und dann 90 Sekunden ok ähm halt gut müssen wir erst ah scheiße ah flixt ja gut dann kriegen wir jetzt hier wieder Abzug weil jetzt ist nämlich die ganze hab ich noch von der Flüssigkeit hab ich noch von der Brühe was ist denn das für Brühe hier eigentlich ist auch Tomaten zu behupsi ok gut ähm oder reicht uns das noch für eine neue Brühe zu machen Olivenöl komm wir machen wir machen eine neue Brühe egal äh Olivenöl 50 Milliliter machen wir ganz geschwind so 51 egal dann Weißwein 10 Milliliter äh Weißwein 10 Milliliter äh halt andersrum so rum dann Zitronensaft 10 Milliliter so Olivenöl Weißwein Zitronensaft Oregano getrocknet 5 Gramm wo ist der Thymian wo ist der blöde Oregano Kaffeepulver Oregano 5 Gramm so 5 Gramm passt dann einen Thymian Zweig beziehungsweise zwei Thymian Zweige äh nicht die Petersilie zwei Thymian Zweige so dann müssen wir die Petersilie da wieder rausfischen weil die gehört da nicht rein so weg mit dir so passt auf ähm und Knoblauch und Knoblauch eins zwei drei vier fünf sechs so das Ganze bei 60 Sekunden ok dann nehmen wir hier das neue Backblech und derzeit nehmen wir hier mal den Schwamm und nehmen hier noch den Schwamm so äh ja ja aha tu es doch einfach da rein so dann holen wir uns schnell hier einen Teller greifen den ganzen Krempel da wieder raus schmeißen den ganzen Krempel weg packen den Teller wieder zurück so gießen das jetzt hier wieder auf das Blech so das sah jetzt ein bisschen anders aus als das was da vorher drin war egal so Hühnerbrust hier rüber Zikrone hier rüber so so und jetzt das Ganze 90 Sekunden in den Ofen nicht wahr ja so 60 60 70 80 90 so Graten Hähnchen Würzen Backblech 90 Aja seht ihr wir brauchen die Mischung die muss auf dem tiefen Teller nachher ok heißt war also gut dass wir das nochmal neu gemacht haben und nicht panikartig und nicht panikartig versucht haben was anderes zu tun auch mein Ofen scheint irgendwie kaputt zu gehen da unten ist auch nochmal ein Backblech das räumen wir auch mal auf dann war hier nochmal was Lachsteak und gekochte Kartoffeln ok wartet mal war das das mit dem Öl Sonnenblumenöl ja 10 ml Sonnenblumenöl Sonnenblumenöl 10 ml so und rein da so 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 war ausglauben so und jetzt sollen wir das Ganze so passt auf da rein da rein da rein so die Hühnerbrust da drauf die Zitronen da drauf so nochmal schnell den Checkup Mischung Hühnerbrust Zitrone heißt ja wie er keine Garnierung kein gar nichts so jetzt bin ich gespannt was er was er zu sagen hat 4 Sterne 4 Sterne nicht ganz so geil aber ist okay kann ich mit Leben Gastbeschwerden Hühnerbrust Hitzefehler Schneide Technik Hitzefehler und Lali Loo die Mischung war ihm zu kalt okay die hatten wir frisch gemacht die war ihm zu kalt interessant okay gut sei es drum 4 Sterne sind für meine Begriffe immer noch gut genug und an dieser Stelle wow jetzt wollen sie es wieder wissen deshalb an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch ich hoffe ihr hattet auch in dieser Folge wieder Spaß und Freude ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und auf Wiedersehen bis dahin und auf Wiedersehen